Let's go, Kass! Das hat damals ne... Sorry Leute! Ey! Ah, so geht das auch. Ja, super. Ja, was sollte ich machen? Ja, ich würde eigentlich dieses Holz an den Eck abbauen. Und nicht bauen. Alter. Ähm, dadurch, dass ich ja ne Dings ne random Welt gebaut hab. Ohne Witz. Und einfach gedacht hab, ja ok, gut. Statt mal meine Kraft. Schade mal, was anderes für mich. Und... Oh, shit. Ich... Ich krieg die Krise echt. Ich merk nicht mal. Ich hab mir so ne ähnliche Schmiede in mir. Aber... Aber... Ähm, Knormund hat einfach gesagt, ja ok gut. Das brauche ich jetzt in mein Haus. Das ist... Also Parmel... Ähm... Der. Ja komm mein Wuff Wuff. Ja komm. Ja brav Hund. Der. 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 ist er so aggressiv alter so dein bett nehme ich mit ich habe gar nichts zum es nicht wie bekommen die dinge weg leute ich bin na ja zu ihr wisst ja nein nein warte meine mutter kann mein freien alter ohne scherze alter leute nein 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 ich meine mutter kapiert die kapiert wirklich nicht was nein bedeutet ich habe wieder die unlogischste mutter auf der welt zum zeige leicht ja geh raus alter ist jetzt nicht mehr deine gebäude hier ja kannst du haben tschüss alter schönen tag noch ist mein haus wunderschön oder was jetzt gehe ich erstmal dings jinxen genau das was ich wollte mal steine holen alter echt pro stein ist es ja ohne spaß alter leute ja warte ich muss sofort was hierhin alter kein scherz echt er ist sowas die bau für den gammel eingang halter sitz alter der kommt nicht nur sein leben klar ist dann die trennwand wenn er raus möchte hat ja also ich kann man so netzern wie ich ja ich weiß nicht kohle leute gerade netz ich muss mich über den erstmal passt Arme kommt einfach gar nicht mehr raus, echt. Boah. Schade, 20 langt. Aua. Ja, hier kann er auch raus. 25 lang. Ähm. Und. Was habe ich gesagt? Leute, was? Leute. Okay, gut, ich lasse es lieber. Nee, muss ich mal sein, zurück. Sehe ich mir ein Blick gehabt? Nein, genau, oder? Okay, nachher. Gut. Generell. Nein, Spaß, Alter, muss ich nicht, Alter. Boah. Das ist einfach perfekt. Alter, ihr könnt mich einfach Gott nennen, Alter. Hier, wer ist Knossier, Alter. Da fühlt sich auch noch einen Spaß, Alter. Ich weiß, er knallt sich. Michael, du legst dich mit Knossier und das geht gar nicht. Alter, Leute. Ja, ich leg mich rein mit Knossier und. Nein, Alter, das ist absahd, Alter. Die habe ich komplett auseinandernehmen. Haten einfach. Heute, deswegen. Immer so, ich meine Koffe lernen, Alter. Da drin. Nein. Nein, Leute, kein Beef. Nein, Beef, Leute. Mein Kanal ist kein Beef-Kanal, Leute. Also, wenn ich Bauernkündigung bei Mannschaften gemacht habe. Ich dachte, die haben schon gegen Hartwig gespielt. Warte mal. 29. Vor zwei. Achso. Ja, gut. Vor zwei Jahren. Ja, gut. Krampf des Todes. Ja. Bruder Pass. Passt fast. Na, Gott. Ja, okay. Bei einem Block habe ich mich verschärzt. Nee, weil ich auch viele Blöcke für die Seite benutzerbaren werde. Ansonsten. Weiß ja, wäre ja kein Block, wäre es null. Dann hätte es übelst klangt. Hört, ich hasse es, wenn das Holz auf Steine schalte. Also, bei, ähm, ja, es ist beim Baumstamm halt. Also, ich, äh, da müssen die auf dem Boden sein. Ja, safe, Alter. Safe, halt zu lang. Aua. Nee, Leute. Ja, nein, ich kann einfach nur zu arbeiten. Fragt einfach nichts. Ja, mir geht es kurz in den Steiner packen, Alter. Ja, okay, beim Dunkeln. Na ja. Wurde ich mal einen Steck gefüllt nehmen? Nein. Moin, bin da. Ja, Aua. Danke, danke. Ich hätte keine Hilfe gebraucht. Vom Falle ein Zombie hätte ich je keine Hilfe gebrauchen können. Rippin' Peace'n Horst, Alter. Wie macht man überhaupt, äh, Schleifsteine, Alter. Ich weiß, ich bin ein alter Haaser, alter Brügel habe ich auch noch in dem Mio. Nee, das kann man auch heute total sagen, halt auch. Oh, da macht's ja nur, macht Wartepaul streamt der. Okay, ist ja noch nicht so weit. Ey, wenn's auch zu ist, schon der streamt nicht, alter. Krampf, alter, dann hat er seine Zuschauer belöschen. Diesel. Nee, nee, also da macht er jedes Mal in der Story so ein Schmarrn. Leute. Kann ich einfach nachvollziehen, alter. Wenn bei mir auch keine Videos kommen, apropos Videos, alter. Die kommen eh nicht mehr bei mir. Nee, aus einem Grund, weil ich vier Wochen in Praktikum bin und da einfach keinen Bock hab, irgendwelche Videos zu machen, Leute. Ich freu mich auf jeden netten, 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 wirklich netten. Danke für nichts. Naja. Ähm, netten Kommentaren, die, wo ihr schreibt. Du wirst ja mal gottschenglotzen. Auf meinen Kanal. Wartet, wartet, wartet. Das ist die Wissenschaft. 39 Abonnenten, alter. Tschüss. Aua. Ich werde geklatscht, alter. Und ich merke es nicht. Und ich merke es nicht. Und ausgetribbelt. Oh. Da war noch ein Stein, mein Stein. Nicht dein Stein, mein Stein, mein Stein geht kaputt. Nicht der Heuner. Unser E-Skelett, und... Oh, 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 oh. Renn, alter. Run, boy, run. YOLO, alter. Ein fucking halbes Herz, alter. Ein fucking halbes Herz. Was? Verpiss dich, alter. Du kleine Knöpsel, alter. Wallah, Glyse. Ich habe ein fucking halbes Herz, alter. Ich wollte eigentlich nur auf den Kommentar reinkommen. Ja, so. Ich freue mich das. Bei jedem Video. In den vier Wochen noch ich selten jetzt aufs Hochlade. Jetzt mich wirklich selber, selber, selber von meiner wenigstens ein netten Kommentar schreibt. Es langt nur einen kurzen und die kurzen. Ja, super. Ähm, vor allem Fragen könnte ich auch noch ein bisschen beantworten. Also, ich habe die schon kommentiert. Leute, vor allem, ich habe... Jemand schreibt einfach... Luis HP HD schreibt... Cool. Schreibe ich einfach... Danke. Keine Ahnung, warum. Aber, Leute. Nochmal. Der hat zweimal kommentiert in zwei Videos. Ähm. Sehr verschiedene Videos. Der schreibt da noch... Cool. Ich spiele das auch. Also, ich... Ich habe es ja, ähm, Folge 1. Ich spiele Wurzelnmalator Ultimate Fall. Einige erste Folge, Leute. Ähm. Ja, danke, dass du es auch feierst, das Spiel. Der Hintergrund habe ich geschrieben einfach auch okay. Weil... Ich muss sagen, ich weiß gar nicht alles, was ich schreiben sollte. Nee, also... Nee, also... Cool, dass es dir gefällt. Wenn solche Videos öfters kommen, kann ich gar nicht sagen. Auch bei anderen Videos. Ich habe selber geliked und selber, ähm, mit dem Herz. Wirklich. Nee. Ähm. Ähm, vor allem... Eigentlich weiß ich nicht, ob ich hier einen Namen schreiben darf. Hat... Oh, Tatjana. Aber... Hey. Ich habe es so drauf. Ähm. Ähm. Natürlich auch andere abonnieren. Ich weiß nicht, ob der Luis... H-P-H-D-M überhaupt YouTube-Kanal hat. Also, der hat... Ich weiß nicht, ob der Videos macht. Ich gucke mal. No problem. Loan. LOL. 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 Alter, und doch nur zwei Abonnenten. Alter, das war ein Dings-Abonnent von Paul, der eine Playlist erstellt. Alter, Legende, der durch bei mir wirklich Legenden-Status, Alter. Alter, Digger, ich, ich hab's, Leute, ohne Witz, ich hab's heute erst gerade eben in diesem Video gerade gesehen. Leute, ohne Witz, ey, durch Legenden-Status, ey. Ich glaub, der ist sogar auch ab und zu mal im Chat dabei, Leute. Alter, du hast wirklich bei mir jetzt den Legenden-Status erreicht, Alter. Also, Digger, ich schwör's dir, Legende. Einfach. Digger, komm, ey, Leute, folgt den Luis HP HD, Alter. Bitte schreib unter den Kommentaren. Ey, Digger. Ey, ich hab's nicht mehr gewusst, das ist die Werbung, was ist der Paul, Alter? Ey, aber, Leute, komm. Ey, der hat sich auch gescheit ein bisschen, ne? Ey, Junge, Ehre, wenigstens Ehre. Also, der. Und, Lea, hat eine Frage an mich gestellt. Ist es schwer, über, über Handy, Minecraft zu spielen? Ja, dort hab ich geschrieben, nee, geht voll. Ähm, was ich damit meinte, Lea, ist, dass es wirklich voll geht. Und, es will ja jetzt einfach mal ab und zu mal bugt ist oder so. Ähm, aber, es stört ja mich so lang gar nicht. Außer, wenn die Server halt ein bisschen, naja, sind. Also, meine einzelnen Server drum. Ansonsten geht's voll. Wobei, ich hab mal früher mal ohne Witz Testversion gespielt. Ich weiß nicht, ob es so Livestreams gab, da wo ich mal Testversion gezockt hab oder so. Aber, es geht voll. Ähm, ich wollt's einfach nur in dem Video sagen. Also, wirklich, Leute, ihr könnt ruhig, meine, ihr könnt ruhig kommentieren, so wie die zwei, ey. Außer, wenn's wirklich nicht so nette Kommentare sind. Leute, echt. Bitte auch bei großen YouTubern unterlassen. Also, die machen auch nur ihren Content. Einfach nett abonnieren, einfach. Für gar nichts mehr einfach. Jetzt, wenn Roman, also ASL, AD oder so. Von bei dem einfach net. Gleich dislike oder so. Schmann. Deswegen hab ich bei Paul, AD, AD immer gesagt. Warte. Oder er hat's auch gesagt. Bitte, tut einfach den Gefallen. Einfach. Schreiben, was ihm nicht gut gefällt. Was verbessert werden muss, hat auch Paul gesagt. Einfach ohne Grund dislike zu geben. Nee. Also, Leute, ich mach auch nur mein Content. Jeder macht seinen eigenen, der macht halt Livestreams. Ich hab wirklich ohne Witz ab und zu mal Livestreams gemacht, Leute. Also, das heißt, ich hab ab und zu mal, ähm, mal ausprobiert. Mit OBS und, ey, Leute. Hat bei mir positive Wirkungen. Ich kann euch was gespannt machen, wenn ich meinen PC hab. Auf jeden Fall. Und, wenn ich erst mal drauf gespart hab. Leute. Auf jeden Fall. Und, ja. Nicht. Und, Lena hat noch eine Frage gestellt. Vor drei Tagen war das alles. Ich hab vor zwei Tagen, einen Tag, ähm, ja, vor zwei Tagen, ähm, kommentiert alles. Vor vier Tagen, vor zwei Tagen alles. Vor vier bis zwei Tagen, Leute, hab ich kommentiert. Lena hat vor drei Tagen geschrieben. Machst du keine Livestreams? Also, ich hab da drauf geantwortet. Solange mein Headset nicht geht, mach ich keine Streams dafür. Videos leer. Und ich hole mir einen PC, wenn ich Geld habe. Leute, tatsächlich, das stimmt alles. Bitte schreibt dir zent. Oh, Michi, du lügst. Und so ein Schmarrn. Nein. Bitte hört einfach auf, einfach solche Kommentaren zu schreiben. Ja, okay, ich krieg die eh selten, aber generell, Leute. Boah. Das, also das find ich irgendwie so gut. Leute, ich find's irgendwie so, ob und zwar so geil bei manchen Häusern. Echt. Ähm, aber Leute. Und, äh, tatsächlich, ähm. Sag ich jetzt nicht mein PC, mach ich Videos dafür und. Das ist ja für 50-50, Leute, natürlich. Ich hab. Also, eigentlich ist es so. Quest leer. Oder für die, die es jetzt gerade voll interessieren. Upsa. Ähm. Ich hab. Ohne Witz. Durch Paul. OBS entdeckt. Ohne ihn hätte ich ja nicht entdeckt. Ohne Witz. Und, ich kann eigentlich danken, dass ich überhaupt, OBS überhaupt noch drauf hab auf dem Laptop. Ähm. Leute, ohne Witz. Ohne Witz. Ohne ihn hätte ich eigentlich nicht das Livestream entdeckt. Eigentlich schon, aber, aber nicht OBS halt. Einfach mal so. Ähm. Und, ja. Ich find's irgendwie cool, wenn, wirklich OBS richtig geil ist. Wenn's halt nicht so ein bisschen backt, wie, wie's halt nicht geht oder so. Ja, kommt, fährt er ja. Dann schmeiß ich kurz schon hier die Truhen ran. Hier, bam, zack. Dann kann ich kurz schnell hier essen. Holz. Ihr wisst ja. Dann mach ich kurz schon das hier ab. Sortiert bis, Leute. Sortieren ist nicht verboten, Leute. Immer dran denken. Vor allem im Haushalt. Hilft, äh, Milder. Die werden sich. Und der Kriegskrams hier, so. Stein. Obsidian. Ihr. Zack. Ich weiß grad alles unordentlich oder so. Hm. Ja. Ich weiß. Aktuell und, ja. Hier. Zack. Äh. Pferderüstung. Ich hab dazu kein Steinstellen, Alter. Was habe ich denn? Ich brauch ein. Ja, jetzt hab ich ja selber. Trühe, ähm. Ja, Leute. Hier so. Galt. Däffeln. Fleisch. Vor allem Reus. Ich brauch wirklich meine Müll-Truhe. Boot. Hier. Zack. Fackeln. Schmutz. Also, Schleifstein. Hab ich ja, ey. Was laber ich? Ich brauch halt. Leute, sorry. Ich hab's, ich hab's nur mal dran gedacht. Tatsächlich, Leute. Tatsächlich leer. Nee. Ich weiß jetzt noch gar nicht. Ja. Warte. Man, ich hab uns mal. Guck. Mehr mit. Oh, shit. Oh, man. Warte. So, ich warte eigentlich nicht, dass ihr mein Passwort seht. Oh. Mischi, schau dir bitte. Ey, ey, ey. Oh. 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 Ich hab keinen Bock, ne. Ich möchte den Baum abreißen. Der hat jetzt sowas mit meinem Kampf, Alter. Sorry. An alle, die Bienen mögen. Sorry, das ist DC. Sorry, An alle. Der hat sorry, An alle. Das tut mir selber im Herzen weh, Alter. Geht weg, Alter. Ey, weiß ich, ich kann es jetzt gerade übelst Karma haben, aber ey. Ey, sorry, Bienen, Alter. Ich musste. Aua. Warum bin ich ja noch zu blöd und schmeiß mich auch noch da hin. Ey. Ey, das tut mir jetzt schon im Herzen, Alter, Alter. Ey, wenn ich jetzt sterbe, Alter, das ist Karma. Könnte ich voll nachvollziehen, Alter. Niemals. Bienenschock in Mienenkraft abbauen, Alter. Ohne Witz. Oh, so, Mann, halt. Ja, okay, gut. Alter, sorry. Ey. Ich kann es ja immer nicht anders. Was finde ich jetzt schon im Herzen weh. Was finde ich das jetzt schon Kraft, Alter? Ey, das tut mir jetzt schon im Herzen weh. Alter. Ich bin, ich bin ein Tierfreund zum Teil, echt. Aber sowas. Sorry, Leute. Ey. Alle die Obine mögen. Sorry. Guckt mal. Wartet. Der Eiche. Niemals. Ich renne jetzt extra nicht nach hinten. Ich möchte hier extra paar Bäume pflanzen. Extra, Leute. Ich pflanze den wieder dahin, Alter. Ich pflanze den wieder dahin. Ja, geil. Ich möchte hier ein bisschen mal bepflanzt haben. Wisst ihr? Nicht nur. Ich weiß, hinten ist der Wald. Und, Leute. Nein. Please, gib mir noch einen. Ich bräuchte noch einen, Alter. Ich mach mir jetzt nicht extra die Mühe, echt. Ja, der, ja. Guck mal die Landschaft hier an. Es schadet nicht, Alter. Es tut mir selber in den Herzen weh, wenn ich die abbaue. Es tut mir, Alter. Es tut mir sehr leid, echt. Nicht ehrlich, aber ich verarscht. Nein, Leute. Es tut mir wirklich im Herzen leid. Guckt mal. Das ist ein eins. Ein absamer Baum, Alter. Und ich muss den abreißen jetzt, echt. Ich brauche Holz. Leute. Ich hefte den Baum kurz. Oh, ne Witz, Alter. Ne, wenn ich was abbau, dann kriege ich was zu 90%. Der Baum gibt mir jetzt gar nichts, Alter. Da hat er keine Rückkörper. Kommt schon, Baum. Ich weiß, dass du es liebst. Alter, kommt schon. Ey. Die beschadeste Klöbbel. Ja, zwei. Gut. Hm. Ich hab' ich gerade erfahren gelassen, Alter. Ich hab' ich nicht mehr getan. Nein, Leute. Für zu tun hätte ich auch so. Ey, Samann hat's. Richtig mega, Alter. Leute, man lässt eine Weile drinnen. Richtig ein. Alter, Vater, dann. Leute, dann, Alter, dann wird er hart. Dann wisst ihr welcher Schiss, was rauskommt, du. Nein, Leute. Ich hab' man, dass ich zu viel Kokain genommen hab. Oh, nee, Koks, Alter. Oh. Ich sniff, Alter, von der. Von der. Der. Ja. Von Piraten-Style, Alter. Sniff. Oh. Riecht an Kleber. Ich sniff, keine Ahnung, wie viel, Alter. Riecht an Kleber, Alter. Fühl ich. Der war das. Oh, der Witz. In meiner Klasse gab's auch welche, die einfach an den Kleber gebrochen haben. Höh. Oh, geil, Alter. Ich hab's nie gemacht, aus Prinzip als bescheuertisch. Oh, nee. Oh. Warte mal, ich hab' hier Stein. Köhle. Köhle. Nein. Ja, genau, ich möchte Stein tragen. Nein, möchte ich nicht. So, nehme ich einfach das Eis und dann hab' ich was, Alter. No, Front. No, Front. Alter, Alter, den ist mal. Der ist auch schnell gewachsen. Ja, was klatschen, sieht mich so dämlich an, Alter. Ich bin auch nur Holzfelder. Ja, sag' ich, Alter. Sag' ich, bei Discord, Alter. Oh, Leute. Brauchst du jetzt berichten, ob ich's gemacht hab? Ja, das hebe ich mir für'n Joker auf, Alter. Wenn er zu mir sagt, ja, Michi macht das, sag' ich, sorry, ich bin auch nur ein Holzfelder. Höh? Yes, Leute. Bitte, please. Und, ja. Und, oh, der ist weg. Der denkt, voll Spacken, Alter. Und, oh, der nennt's mit einer Schüttritte von Locker, Alter. Irgendeine Kraft Locker, oder wie die? Wie's meine Kraft hieß, Alter, von damals. Leute, hier. Und, hier. Es soll schön hier werden. Leute. Einfach aus Brenn-Zieb-Punkt. Keine Widerrede. So, zack. Halleluja. Leider 24 wird ein bisschen nett. Na, komm, das langt, Alter. Ja, Habholz. Leute, und jetzt kommt's, ähm... Der ist holz. Der ist holz. Der ist holz. Hupser. Ja, komm, da dran. Musette von... Äh, äh. Und, ja, ich weiß, ich bin zu blöd. Der ist holz. Der ist holz. Dezwei. Der ist hier. Der ist hier. Woopser. Der ist da. Und, ja, ich möchte halt nicht zu groß machen. Wisst ihr auch, warum, dass ich das Ecke lassen, lasse? Wem, das eigentlich? Aber ansonsten, geht. Und, ja, komm. Ja, Hab's. Äh, dann, gab es ja noch Fackeln. Ach, ja, ja, 16. Ja, komm, Alter. Hier, so, zack. Da hat mein Bude jetzt komplett ausgeleuchtet. Aber ansonsten. Natürlich. Leute. Wisst ihr was? Da kommt jetzt auch. Dingsen, Faggeln, Steine, Obsidian, Alter. Echt? Leute. Nein. Oh, meine Schwester hat doch gar keinen Bock. Ja. Meine Mutter richtig wieder mutiert. Hä, hä. Aber der Show wieder richtig. Nein. 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 Kannst du nicht. Dafür ist das zu dämlich. Leute, das ist lau. Meine Schwarze, die ist um. Ja, ich habe der Beinahe und gleiches���. Nein. Bitte. Nein, das ist nicht alles. Das ist meine Schwester und die bleibt dann meine Schwester. Ich weiß, wenn sie sagen. Das, das, das und das. Leute, das sind die perfekten die keine Schwester haben wisst ihr? Richtige, Alter, das sind die richtigen Beleidigen jeder dass diese Schwester D&D ist Leute, aber selber keine Schwester haben Alter, das ist aber mega dann peinlich oder wie Hohohohoho Nein, Leute Ja, also ich hasse es, wenn man meine Schwester beleidigt, irgendwie Hat auch sogar ein Mitschöner von mir gesagt Ja, ich habe mir selber Gedanken gemacht, Alter Meine Schwester einfach Das ist auch sogar bei Ineinanderricht haben wir so einen Film geguckt Die sagt, ja meine Schwester wäre ihr wisst ihr Handicap weil ihr davon halt irgendwie nicht sagen, keine Ahnung warum aber wir sagen es trotzdem Aber meine Schwester wäre die ist tatsächlich so und hat Handicap und leider egal ob Handicap oder nicht, Alter Also Ey, komm Ist auch glücklich, oder? Und so man hat eine Schwester und Alter Echt Aber manchen kannst es ja nicht nicht nur Schwestern nennen, also Nein, also jeder Jeder hat es für sich und ich habe meine Ich bin froh, Alter Und derjenige war sogar bei mir daheim aber dafür nicht Sorgefragen, Alter Also wir haben so eine kleine Geschichte Jawohl mit der Koffer Menni, nicht randalieren Ich habe das Knochen kehrt Na Menni, beschnastet wurde Alter, ich glaube ich kann jetzt 100 Jahre fressen, Alter Das Cola Sorgefragen, damit Spaß Heu! Wie ein Pferd da, Alter? Na, bist du nass geworden, oh, waaah Ähm 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 Warte, 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 muss ich wieder screenshotten Sache aber, ey Ey, das schenke ich mal dem Paul, alter Warte mal, das muss, das muss der Effekt sein, komm Warte, 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 warte Oh, ey, hol da Alter, Vater, warte mal, ich mach wieder leiser Haa Warte mal, ne Schöster fragt mich einfach so, was ist denn das? Macht einfach Haa Ja, ja, alter Aber die Frage ist, wie ist denn der da durchgekommen mit seinem Prankengörper Äh Handel Haa Der Der Geh weg von meiner Hütte, alter Da hat er nichts zu suchen Die Oh, shit, not good Alter, ey Leute Ich Ähm Leute Alter Ich hätte mal behaupten, das war's mit diesem Video Schöster Da Digga, geh mal vorbei raus Alter Nein Alter nein Alter nein So Der schreift Der schreift Nein Haa Oh, 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 oh Ja Ja, ne Ja, willst du Ja, willst du Ja, platz mich nicht so Oh Handel Ja Ja Das Exportverein, der Smart Ja Geh raus aus meiner Handel Geh weg Hallo Sonst prügel ich dich weg, alter Sorry, Leute, aber hey, das Aufsehen Warte 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 Natürlich Ähm, ja, was wollte ich Ihnen sagen Das war's mit dem Video Ist mir ein Eisentür in Schallern, ist mir egal Warte mal, könnte ich eigentlich jetzt machen, alter Ja, ist ein Eisentür Ey, Leute, nein Das geht nicht viel zu weiter, alter Was will ich hier treiben, du Wenn die das trotzdem aufbekommen, alter Respekt, alter So Noch ein Knöppel Kann ich es einfach so mit diesen Nee Mit Holz Ja, das geht wenigstens Leute Ja, komm Leute Ja, ich muss auch irgendwie rausgehen, ey Ja, wir gehen auf meinen heißen Platter Ja, wir gehen auf meinen heißen Platter Es sind aber echte Tiere Frank Klaren Sollen Worte Harten Ah Wir wollen eine Ups Ne, ähm, Leute Ich tu mal was mach Was ich immer mach Eine Ne, ich nehm lieber die Die Wir sind ja warum Oh So Come on Chia Chia Ah Worn 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 Nicht so sehen los Was ist denn los Nein but Ich kann halt, die Eisentüren immer noch benutzen, oder? Natürlich einfach hier hin Ich habe nur noch 2 Eisen Egal kaum man wachst wenn man was hat hat man was wenn nicht dann leute so punkt aus fertig so was ich sagen wollte was ich jetzt sagen möchte so das war's mit diesem video und ciao leute ich kann es noch besser ich kann es noch besser leute wenn ich was trinke wir beenden nicht das video wenn ich das begeg hinbekommen punkt aus finish so ich trinke was kurz auf ein neues leute das war's mit dem video und ciao leute warte ich muss auch noch denken sie das man so das war's mit dem video und ciao leute peki das war's mich Bis zum nächsten Mal.